Like dieses Video und abonniere in den nächsten 5 Sekunden oder dieses Ding wird heute Nacht in deinem Bett sein. Als ich heute früh die Patch Notes gelesen habe, dachte ich, dass vielleicht der Roboter irgendwie schwächer gemacht wurde, weniger Leben oder dass er weniger Schaden macht. Aber Fortnite hat den Roboter nicht einfach nur gleich gelassen, sondern die haben noch einen Laser dazu gemacht. Obwohl einfach jeder den Roboter hasst, also ich kenne wirklich niemanden, der den Roboter mag. Und als ob das schon nicht genug wäre, haben die jetzt auch noch Zombies zurückgebracht. Naja, ich hoffe einfach mal, dass sie es irgendwann einsehen werden und den Roboter schlechter machen. Am besten direkt raus machen. Aber naja, ich habe auf jeden Fall ein paar Runden Duos mit dem Luis gespielt. Ja, davon seht ihr auf jeden Fall gleich die Highlights, also halt die Kills. Und ja, los geht's. Und ja, los geht's. Und ja, los geht's. Und ja, los geht's. Das war's für heute. Ja, was machen die? Hab ihn. Oh ja, bei mir sind welche. Einer 150er Diesel. Ich werde noch von links angeschossen lassen. Hab beide. Ja. Hä? Irgendwo hier ist er. Der war AFK gestanden. Hier kommen noch welche. 550er Deagle Headshot. Hab beide. Nein, ich werde von woanders gelästert. Hier unten ist noch ein Coden im Elf. Nein. Als ob. Doch. Dein Zwilling Deagle. Woah. Digger, wie viele Zombies sind hier? Diese Dreckszombies, ich hab auf 330-Wöchige, einen 100er-Digel-Aid-Schutz, mein Gott, ich hab den Saubs genommen. Yo. Hat noch einen. Einer 131-Head-Shots. Ich hab einen. Einer hat noch... Okay, komm. Was? Hat es hier oben nicht einer? Doch, hier oben sind welche. Komm, hier oben bei mir. Ich hab mega viele Softpacks, du kannst herkommen. Hier sind 12 Softpacks, was? Das sind Typen, verstehe ich halt nicht. Hier ist ein Roboter. Was? Hier ist jemand. Digga, ich dachte, das wärst du oben. Digga, was ist denn das? Der ist so P. Okay. Was? Digga, das ist ja so unfair. Es ist absolut One-Shot. Und das mit dem Roboter ist halt lächerlich. Und das mit dem Roboter ist kaputt. Oh geil, der Roboter ist kaputt. Genau. Wir lysern einfach mal. Sogar wie ich die Wände bekomme Ey Ne also Ich hab so Angst vor dem Robotern Das müsste eigentlich schlappen Schlappen wir ja Ja, ich hab einen. Jetzt soll ich die Scheiße mitnehmen. Ja. Also, geile Runde. Also, ich hoffe, euch hat es zu dir gefallen. Sollt ihr die Jacken dir gerne dann noch oben da lassen. Schaut doch auf jeden Fall mal bei Luis vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.